und Damit sind wir wieder da mit diesem 1 2 3 von pille was ich aber nicht aufgenommen sondern das gelaber von mir bla etc noch mal also willkommen hier bei dem let's play together von mir und pille wir spielen heute Seng's Row is a third und los geht's warte ich bin nicht gerade ernsthaft in der auto gestiegen oder doch aus dem Weg Philipp kommt aus dem Weg aus dem Weg sie ist schon kommen wir sterben wir sterben Plasma Kugeln was machst du da das Auto bremmt sowas von gar nicht ich schieße Plasma Kugeln hey du bist voll gegen den Pfosten da hinten gefahren bei mir für mich gar nicht mein Auto ist auch heiler bei mir standst du da voll vor Plasma Kugeln für jeden so die leute hier steht Plasma Kugeln du meinst die um die Ecke rum ja der Plasma Asiator ist aber gar nicht so stark oh die menge macht auch gleich nur zu durft dass man durch solche Objekte nicht Bundeskaisen kann hat er ihm für Wir haben den Typen vernichtet. Ach stimmt er, da ist da oben unsere... Ja. Äh. Was denn? Ja, diesen Stadtteil Borgengstern haben wir jetzt hundertprozentig erobert. Welchen nehmen wir uns als nächstes vor? Bist du dir sicher? Ja. Uh, hundertprozentig. Ja, ich würde sagen, wir nehmen Deckers. Oder? Da haben wir noch eine Amorquat. Borgengstern, Lugadores, Deckers. Oder wir nehmen da drüben, da machen wir einmal Panzer und... Und dann müssen wir noch ein bisschen mehr Panzers. Lass uns mal die letzte Bandenoperation suchen, hier auf dieser kleinen Insel. Da müsste noch eine sein, beziehungsweise die Aktivität, dass wir die dort machen. Also, Bandenoperationen habe ich... Achso, 31 von 32, ja. Stimmt, da fehlt da noch eine. Hm. Ich möchte gerne ein Auto. Wer schießt denn hier auf uns? Ich will ganz viele Leute haben. Mensch, jetzt habe ich hier schon so einen Transporter, ne, und der zieht mich. Wie, der zieht mich. Ja, der gibt kein Gas. Ja, der gibt kein Gas. Wieso sollte er auch Gas geben? Ja, weil der eigentlich ordentlich PS haben sollte. Ja, aber vielleicht ist ja was hinten drin. Ne, ist leer. Oh, willst du es wissen? Ist die Tür offen, oder? Ja, die Türen sind schon offen. Stimmt, der ist leer. Ich hab dich mal versucht anzuschieben. Lass mal, Wille. Hoppala. Bitch und Scheibenkanone. 20 Meter. Da. Hehehehe. Ich meine, ne Amokfahrt im Zombiegebiet, die dürfte doch eigentlich relativ gut laufen. Ja. Da ist ein Überlebender. Juhu. Hab Überlebenden gesehen. 64 Meter Rekord. Oh, hier ist gesperrt. Ja, ich hab vorhin die ganzen Barrikaden, einen Großteil Barrikaden weggemacht. Du meinst, hier soll noch irgendwer sein? Hier ist Amokfahrt. Oder Vandalismus. Ja, aber theoretisch müsste ja hier irgendwas sein, ne? Mhm. Deswegen machen wir jetzt die und dann sehen wir ja auf der Map. Ja, schau mal. Richte mit dem angegebenen Waffen einen Blitz-Button. Juuu. 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 Hahaha wie gut Das heißt du kannst einfach neben dir auf den Boden zielen Wenn dich Zombies angreifen Und Bomben machen das dann Wow Nur zünde ich mich dann die ganze Zeit an Ich glaube wenn wir jetzt die Barrikaden kaputt schießen Kriegen wir dafür irgendwie Geld Ja nice Barrikaden Barrikaden Auf die Barrikaden Hachachach Oh normal 40er Kombi Ach 40er Kombi 57er Kombi 71 Jo ich auch 72 72 77 84 84 86 88 107 Wo ist du stark gekommen? 162 60 216 216 216 250 288 291 schon 297, 300 300 305 309 312 325 333 343 346 Nein, 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 ich wollte überfahren 347 Scheiße, Mann Was krabbel die mich denn jetzt hier an? Weg! Ich kann mich noch ganz daran erinnern, dass ich es im Singleplayer nie geschafft habe hier Und Verdammt Über mir war was Darüber, deswegen ging es nicht Oh, ich wurde von dem Straßenschild Verschlagen Ach, wir haben noch gar nicht fertig Ach, ich sag das doch Jetzt haben wir fertig Ich hab gerade noch so viel gehabt Easy one 86 86 Das Startsverzugs Woa, 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 woa Woa, 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 woa Wer schießt denn hier auf mich? Bis auf die Zombies die vor mir laufen. Du hast auf mich geschossen. Oh fuck. LOL, du hast ja da ein paar bei dir. Ach was. Ungern super. Hier fährt ein Auto. So. Ein gezielter Blick auf die Karte. Auf der kleinen Insel wird nichts mehr sein. Aber hier könnte die letzte Bandoperation sein. War mal so frei, das zu markieren, ne? Ach, ist vollständig gedingst. Ja, könnte gut sein, könnte gut sein. Alter, ich schnapp mir jetzt den Smart. Ich hab jetzt den Smart und fahr jetzt durchs Zombie-Gelände. Ach komm hier, nimm dir ein anderes Auto. Selbst der Roller wär besser. Was ist das denn für ein Auto genommen? Keine Ahnung. Ich hab' den Kompensator. Stuntsprünge, 8 von 63. Da muss man einiges am Stuntsprünge machen. Hm. Der Smart ist so langsam, genauso wie im Echt. Das sind zum Teil Herausforderungen, die schafft er erst nach, keine Ahnung wieviel, hunderttausend Spielstunden. Das ist so langsam, das ist so langsam, das ist so langsam. Mh. Wo. Hier ist noch ein Herz, irgendwie. Herz? Ist das nicht die Geige, Squid? Richtig. Nee, lass's mal! Erstmal die Bandenoperation. LOL, was ist das für'n Haus? Achso, stimmt, der ist das Pansos, ne? Ja. Aber meinst du, wirkt das direkt neben unserem Haus eine Bandenoperation? Da ist noch was frei. Das kann eigentlich nur eine Bandenoperation sein. Ich meine, was soll da sonst sein? Weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die ist auf dem Schiff oder so. Hier, dreh dich um. Dreh dich um. Dann können wir ein Foto machen. Yeah. Ich hab hart gelockt. Okay. Foto macht 10 Euro. Wie, du willst mir kein Foto geben? Ich will... Ey. Er schießt ihn noch nicht. Achso. Oh, sorry. Hehehe. Please don't stop me. Wieso please don't stop me. Okay, dann halt nicht. Wow, das war knapp. Alter Schwede. Ich dachte schon, ich schaff's nicht. Da ist du. Ja, da ist die Bandenoperation. Ach, du hast du gut erkannt. Ich komme von oben. Das war auch Klatscher. Knack. Ey. Eintragsflieger. Eintragsflieger. Die Wunschhaft freigeschaltet. Ich war da noch gar nicht... Ich bin gerade erst reingekommen. Bin gerade erst warm geworden. Ja, passiert. Ich hatte erst zwei schön fertig gemacht. Mit dem Rücksprung. Machen wir die Tiger-Escorte. Äh, warte. Lass mich kurz auf die Time watchen. Wir haben noch 6 Minuten und 17 Sekunden. Ja, das dürfte mit der Tiger-Escorte klappen. War klar, dass ich hier runterfalle. Sprung ans Ufer. Und... Juhu. Hat Funkt schon erklärt. Wow, Polizei mit dieser übelsten... Nein. Totengräber. Au. Wieso überfährst du mich? Weiß ich nicht. Ich wollte einfach nur befahren. Bam. Weiß ich nicht. Lass uns das anfangen. Ich meine, er ist gerade auf der Stelle gesprintet. Kompensator. Lass uns das anfangen. Lass uns das anfangen. Schönen Sie mal zum Handeln. Lass uns das anfangen. Lass uns das anfangen. Lass uns das anfangen. Fangen wir's mit Angle zu schützen. Schönen Sie schon mit mir zu verfahren. Den haben Sie mich bereits in den Krang. Lass uns das anfangen. Geh zurück! Entschuldigung. Ich war gerade nicht so vernünftig an der Tastatur. So, jetzt hat man gemerkt. BAM! Und da hat er ihm auf die Fresse gehauen. Warte, fahr weg, ihr. Ich weiß nicht, aber ich value dir mein Leben. Ich glaube, ich sollte nicht hauen. Hm. Je langsamer du fährst, desto ärgerlicher wird er. Ja, ist mir klar. Aber wenn mich dann so ein Tiger hier anspringt, ne? Dann haut er ihn so quasi einfach auf die Arschung oder so. So, zum Beispiel. Und dann fährst du da voll hin. Dann musst du irgendwie so fahren, dass du nicht so viel Hindernisse in deinem Weg hast. Ich weiß nicht, ich kann aber nicht ausschalten. Ich weiß nicht, ich kann aber nicht ausschalten. Ich glaube, wir haben es geschafft. Kann sein, kann sein. Okay, jo! Die Rückgang riecht seltsam. Hm? Na gut, ich hab freigeschaltet. Die Rückgang riecht seltsam. Ey, ich hab die nicht freigeschaltet, glaube ich. Vielleicht hast du sie vorher schon freigeschaltet. Kann sein. 2 Minuten 59, also 3 Minuten. Ja, komm, dann band den Part mal bisschen früher, oder? Das ist mein Schild. Nur ich darf... Das ist mein Polizist. Okay, dann säg ich halt nach. Hier soll irgendwas sein. Hier so, irgendwo da, rechts so. Hier guck, ich säge nach. Da säg ich auch nach. Du guckst ja gar nicht hin. Doch, 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 doch. Oh, oh. Hatte das überhaupt was abgezogen? Ach, so willst du das also. Das zieht dir ja gar nichts ab. Ist ja voll lame. Oh Gott. Du wolltest eiskalt überfahren. Ach so, du willst... Du willst also mit dein... mit... Alter schön. Alter schön. Hallo. Alter schön. Alter. Meiner. Alter. Jetzt! Schlag doch! Ey, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Er wollte nicht zuschlagen. Er hat die ganze Zeit irgendwo in der Gegend rumgefuchtelt nach 20 Kilometern oder so. Hör auf, das ist kein Spielzeug. Er hatte einen Besucher in der Hand. Kein Spielzeug. Kein Spielzeug. Wo ist er denn? Da hinten. Ich habe es auch meinen Freunden gesagt. Kein Spielzeug. Hallo? Kein Spielzeug! Oh, das Auto sieht besser aus. Ich habe keine Heckreifen. 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 Ich glaube, da wollte ich mich umfahren. Nee, ich habe keine Heckreifen. Es klingelt überhaupt gerade. Es klingelt übrigens gerade. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Neuer Frische. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.